Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TGH aus der Huta. Es ist ein ruhiger Montag. Ich glaube, wir haben um die 50 Hunde, was ein ruhiger Montag ist. Aber wir haben ein Konsortchen hier, habt ihr gerade vielleicht schon kurz gesehen, in einem B-Roll oder wie auch immer. Die bringt ein bisschen Unruhe rein. Hallo, oh Mann, Laika, immer wenn du so spielst, ne, du hörst dich an, wenn du... Mann, ey, du hörst ja immer nur... Laika, du spielst, als wärst du ein... Laika, du spielst so laut, ey, du spielst so laut. So, na, wird das geil spielen, ne? Ah, da hinten wälzt sich die Paula am Gras, da gehen wir jetzt mal hin. Und wir haben zwei neue Hunde da, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Das eine ist der Carlo, das ist der Kerl da. Carlo ist bei uns in der Hundeschule. Carlo! Der Pino ist auch neu. Also, ich glaube, den hatten wir schon mal. Hatten wir den schon mal? Nicht springen, ich habe ein Kabel hier oben. So, also Pino ist neu. Der hatte so ein bisschen Probleme mit anderen Hunden insofern, als dass der überhaupt nicht wusste, wohin mit sich. Und alle Hunde angepöbelt und gebellt hat. Das haben wir in der Hundeschule im Training so ein bisschen in den Griff gekriegt. Da ist er fünfmal nass geworden, da war das Thema gegessen. Und zusätzlich haben sie ihn auch kastriert, was beim Pino auch ganz gut ist. Der kann das gebrauchen. Aber Pino hat jetzt hier eine Menge Spaß und spielt viel. Also, der hat auch Energie und nennt ein Hai. Wir haben eben gehört, dass der Harry ist einer der ersten Hunde. Harry war unter den ersten fünf Hunden in der Huta. Und Harry ist leider ganz krank. Harry hat Lungenkrebs, ne? Aber Harry ist halt auch schon steinalt. So. Müssen wir da mal kurz gucken. Die ist so laut beim Spiel. Das hört sich grauenvoll an, jedes Mal. Die kann nicht leise spielen, die Laika. So. Also. Da. Pino haben wir drüber gesprochen. Da ist er. So. Dann zweiter Hund. Carlo. Auch aus der Hundeschule. Müssen wir auch mal so sagen. Carlo war ein bisschen schwieriger. Ich gehe mal ein bisschen ran. Ihr seht jetzt, dass der da viel aufreitet. Carlo war insofern ein bisschen schwieriger, als dass der ganz, ganz viel rumgeprollt hat. Und ich lasse das gerade mal laufen. Normalerweise würde ich dazu was sagen. Und dass der viel rumgeprollt hat und sich dann auch geprügelt hat mit anderen. Und das wurde dann so ein bisschen besser. Und dann haben die irgendwann gefragt, ob der mal in den Router kommen kann, damit der mal Dampf ablassen kann. Weil die können ihn halt schlecht laufen lassen. Oh Laika, du bist so laut. So. Und da ist Carlo. Carlo habt ihr vielleicht... Ja, das machen die zwei ständig. Die würden sich gerne beide prügeln. Oder vielleicht ist es auch einfach ein ganz komisches Spiel. Ganz komisches Kräftemessen. Das passiert nie mehr als das. Deshalb lassen wir es laufen. Das ist auch irgendwie witzig hier. Pärchentanz da. Rollen sich beide an. Steigen beide hoch. Und mehr machen sie nicht. Und dann wird irgendwann gespielt und dann irgendwann nicht. So. Aber zurück zu Carlo. So. Und Carlo hat es echt schwierig, Dampf abzulassen. Und ja, die haben dann auch gefragt, ob er in die Router kommen kann. Und Carlo ist auch kastriert. Carlo ist jetzt, ich glaube, den ersten Monat da. Trotz der Kastration reitet er aber noch viel bei unkastrierten Rünen auf und ist ganz schön prollig. Und das ist, naja, nicht ganz so günstig. Also für alle, die uns schon länger schauen. Ich verlange nicht, dass die Hunde kastriert sind. Aber bei manchen empfehlen wir es, einfach mal zu testen. Und Carlo ist, glaube ich, jetzt ganz kastriert. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch nur gechippt. Aber da hat es zumindest mal dafür gereicht, dass er jetzt nicht mehr ganz so doll prollt. Aber es ist immer noch ultra sexuell. Ich bin irgendwie sehr hell. Ja. Trotzdem hat der Carlo sich im ersten Monat hier zweimal gekloppt und zweimal geprügelt. Und das ist natürlich uncool, ey. Er hat auch zweimal Kratzer gemacht. Das heißt, Carlo ist von uns jetzt so ein bisschen angezählt worden. So nach dem Motto, wir gucken uns das mal einen Monat an. So gerne ich dir noch helfe, aber dann müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt. Aber er kriegt trotzdem seine Chance. So, dann zeige ich euch noch was, was passiert ist. Wir haben ja ganz viel über Rasen geredet. Und ihr seht zum Beispiel hier, haben wir so ein paar Reste von dem Rasen, den wir übrig hatten beim letzten Mal, da hingelegt. Und ihr seht, der ist teilweise wirklich gut angewachsen. Hier seht ihr, dass an so einer Laufspur ist das nicht so gut. Aber auch hier haben wir Reste hingelegt. Und seht ihr das? Hier ist dann schon ein bisschen was gekommen. Und das wird schon sehr dick und das zieht sich ein bisschen zu. Auch hier oben haben wir Resten hingelegt. Das ist jetzt alles viel grüner. Natürlich die Laufspuren, die bleiben immer da. Aber dass hier überall Gras wächst, das war vorher nicht so. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, das ist gut. Hi Santi! Hi Santi! Wie soll ich dich denn so... Hallo Maja! Hallo Maja! Hallo Maja! Hallo Pino! Die hatte ich schon. Santi! Aua Maja! Mann, ich habe ein Kabel hier oben. Du sollst hier immer springen. Hallo! Na Knuddelweer? Hi! Wer hat dich gehört? Wer hat dich gehört? Wer hat dich gehört? Na, na! Nein, du sollst nicht immer springen, Maja! Ach Mensch! So! Genau! Und auch an so ein paar anderen Stellen, wie... Da ganz hinten, da haben wir so Reste hingelegt. Auch da ist jetzt viel gekommen an Wiese und gewachsen. Und das ist der Teil, den wir auch gesät haben, gelegt haben und noch ein bisschen nachgesät jetzt. Und jetzt ist so langsam die Phase vorbei. Der Bereich hier, der hat es leider nicht geschafft. Also das hier hat es über den Winter nicht geschafft, aber alles andere schon. Und wie ihr seht, meine Schülerpraktikantin, ich filme mal in die andere Richtung, damit man die nicht sieht. Aber die Johanna ist jetzt schon zwei Wochen da und macht noch eine Woche. Und die mäht jetzt hier Rasen. Und, wenn ihr mal hinschaut, das ist richtig dicker Rasen, ne? Also ganz, ganz dickes Zeug. Und ja, hat also tatsächlich was geholfen. Mussten halt nur so an den Ecken und so haben wir ein bisschen nachgesät. Das sieht man hier, diese dünneren Grashalme, ne? Ja, da hat sie ein bisschen was getan. Genau, die Johanna mäht das jetzt, damit wir das in der Woche eröffnen können wieder. Und solange die Johanna mäht, werde ich wo Pause machen müssen. Und dann reden wir über unseren dritten Gast. Da steht sie. Da steht sie, die Kaya. Und um sie soll es auch heute gehen. Ganz traurige Story, in Anführungsstrichen. Und wir versuchen ihr zu helfen. Komm, Kaya. Dann lasst uns mal über Kaya sprechen. Die Dobermann-Hündin, ihr seht sie hier im Hintergrund stehen. Da ist heute das erste Mal da. Ich drehe euch mal zu ihr für die Story. Dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen und ich kann es ein bisschen mitfilmen. Ich will die Story kurz zusammenfassen und erzählen, warum das nur etwas besonderer Fall ist. Oh, Carlo! Warum das hier etwas besonderer Fall ist? Steht ihr das? Obwohl er kastriert ist. Carlo! Ich habe keine Lust aufzustellen. Lass das. Mann, ey, du Idiot. Django, du werde dich doch einfach. Du bist doch dreimal so groß wie der. Sag ihm einfach, du willst halt nicht und dann ist sie gut. Was hältst davon? Was hältst davon, dass du dem einfach sagst, du willst halt nicht? Der ist doof, der Carlo, ne? Der checkt das nicht. So, okay. Wo ist sie jetzt hin? So, da ist wieder die Kaya. Also Kaya's Story ganz kurz. Sie ist jetzt ein Dreivierteljahre alt. Ihr seht, Dobermann-Mädchen. Und die Besitzer haben sich bei mir gemeldet, weil die draußen auf jeden Hund reagiert hat. Also gebellt, gezogen und ihr seht, das ist ein 35 Kilo schweres Schiff. Sie ist jetzt nicht sehr groß für eine Dobermann-Hündin. Es gibt aber schon größere gesehen. Aber sie ist auch ganz weit weg von schlank. Ganz weit weg von zierlich. So, schlank ist sie. Dick ist sie ja nicht, ne? Aber das ist schon, guck mal hier, da hinten ist der Santi. Wird so 20 Kilo haben und die ist halt doppelt so hoch. Viel kräftigerer Rumpf. Ne, er hat schon ihre 35 Kilo. So. Und du? Du hast Mundgeruch. Genau. Und Story wie folgt. Kaya wurde von irgendjemandem angeschafft, der wohl nicht ganz gesund war. Also irgendwas Körperliches hatte. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Und ist dann mit knapp sieben Monaten im Tierheim abgegeben worden. Weil, ne? Überfordert. Hund anstrengend. Der konnte nicht mit dir rausgehen. Und ja, wie auch immer hat er sie dann im Tierheim abgeliefert. Und ein Hund dieser Kategorie. Also mit Kategorie meine ich diese Größe. Dieses, äh, ja, Energielevel. Ne? Wenn ihr vergleicht, hier der Pino ist schon echt ein kräftiger Kerl. Und ein sportlicher Typ. Der wird so seine 25 Kilo wiegen. Äh, die ist halt noch ein ganzes Stück höher. Und guckt euch mal den riesen Brustkörper an. So. Also mit sieben Monaten im Tierheim gelandet. Und da ist sie knapp ein Jahr lang gewesen. So. Das heißt mit ungefähr anderthalb. Hi Carlo. Ja, hast du eben Anschnitt gekriegt, ne? Hast du eben Anschnitt gekriegt? Ja, weil du mich ärgerst und nervst. Und die anderen ärgerst und nervst. So. Und mit knapp anderthalb ist sie dann vermittelt worden an ein, ich sag jetzt mal, junges Pärchen. Die werden so Mitte 20 sein, Ende 20 vielleicht. Um den Dreh. Erst Hundebesitzer. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Also die hatten schon mal Hunde, aber keine eigenen und so. Das ist jetzt auch erstmal nicht schlimm, dass das ihr erster Hund ist. Weil nüchtern betrachtet, wem willst du dir den Hund sonst geben, ne? Die war da schon ein Jahr im Tierheim. Das Verhalten bei so einem Hund wird dann natürlich nicht besser. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Bahn abwarten. Also das Verhalten wird dann ja nicht besser. Das heißt, irgendwann muss die da raus. Und das Tierheim muss da auch eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ja, wem gibst du diesen Hund, ne? Und Dobermann kriegt auch nicht viele Interessenten. Also ich kann das schon verstehen. Fabian heißt er, glaube ich. Fabian oder Florian? Ich glaube, Fabian hier heißt der Besitzer. Er hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe deine Videos gesehen. Der Dobermann, Rassecheck, irgendwie, wir waren schon woanders, glaube ich auch. Das ist jetzt nur grob zusammengefasst. Und das hat uns nicht geholfen. Wir glauben, du hast vielleicht eine Ahnung. So, und dann habe ich mir die angeguckt. Ich habe erstmal so ein Erstgespräch gemacht. Weil der hatte sich einmal gemeldet und dann musste ich mir sagen, sorry, wir sind voll. Dann hatten die sich nochmal gemeldet. Und Carlo, denk gar nicht dran. Dann habe ich gedacht, komm, ich versuche irgendwie, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Haben wir gemacht, angeschaut. Dann habe ich gesagt, nee, die ist nicht aggressiv. Das ist das ganz normale Dobermann-Verhalten, mit dem viele Hundehalter auch tatsächlich überfordert sind. Und dann habe ich gesagt, komm, auch wenn wir eigentlich voll sind, ich quetsche euch in die Gruppe rein. Kommt mal ab und zu zur Gruppe dazu. Habt ihr ein paar Tipps gegeben für den Alltag. Macht mal dies, das, jenes. Ich glaube, dass wenn die mehr Bewegung hat, wenn die aus dem Tierheim rauskommt, wenn die einen vernünftigen Alltag hat, wenn die mal Kontakt mit Hunden hat, mal schnüffeln kann, spazieren kann, wenn die einfach mal wenig, wenig Auslastung bekommt, wird das schon besser. Und wenn die dann zwischenzeitlich auch mal ein bisschen rennen und tun kann, wird es noch besser. Und jetzt haben die den, ich würde sagen, anderthalb Monate vielleicht. Sind so seit drei, vier Wochen bei uns im Training, ab und zu in der Gruppe. Und das läuft ganz gut. Die ist halt nicht ansprechbar. Die ist super abgelenkt. Aber ja, also ihr habt keinen geschlachtet bisher. Aber dann haben die mich angeschrieben und gesagt, wie sieht denn aus? Gut, da könnte dir das helfen. Ich sage, ja, könnte schon. Aber wenn es halt eh schon besser läuft, braucht ihr das auch im Zweifel nicht. Also es wird ja besser und die wird ruhiger und Django, bitte nicht buddeln. Django. Und die haben dann halt gesagt, okay, wir wollen es trotzdem mal machen. Also ich würde trotzdem die gerne mal in die Huter bringen, dass sie einfach mal Dampf ablassen kann. Und da sind wir jetzt. So, und der Punkt ist, da haben wir auch gleich den, mit dem es geht. Der Pino ist auch aus dem Grund hier, damit er mal Dampf ablassen kann, damit er mal rennen kann in einem Setting, das kontrollierbar ist. Und das sind halt Appenzeller, habe ich auch mal eine Rassecheck zu gemacht, habe ich was zu erzählt. Wir hatten auch ein Video mit dem Appenzeller. Wie hieß die denn? Die ist nicht mehr hier. Appenzeller-Mädel. Dann ging es darum, was sie für ein Energielevel haben. Dummermann, habe ich viel zu erzählt. Also habe ich gesagt, okay, komm, bring her. Und dann haben wir uns die eben angeguckt. Ihr seht parallel immer so ein bisschen B-Roll, den ich aufgenommen habe. Haben wir uns die erst mal mit einzelnen Hunden angeguckt, so wie wir es halt machen. Unser Ablauf. Heißt nicht, dass andere Trainer das genauso machen würden. Heißt nicht, dass andere Hundeschulen, Hunde, Tagestätten, Betreuer, was auch immer das auch so machen würden. Es geht einfach nur darum, das ist unser Ablauf. So, und dann haben wir die mit einzelnen Hunden uns angeguckt. Heute ist eine ganz gute Gruppe. Wir sind jetzt zu dritt da. Also zwei Mitarbeiter plus ich, plus zwei Praktikanten. Also eigentlich sind wir zu fünfter. Und ja, hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber man hat auch gesehen in dem B-Roll, das wird die Marie euch jetzt sicherlich auch reinschneiden und anzeigen. Der ein oder andere Hund ist zwar auf sie zugegangen, aber er war dann ganz kleinlaut und vorsichtig. Also viele hatten vor ihr schon Respekt vor dieser Größe, vor dieser Kraft, vor dieser Energie, die in diesem Hund steckt. Selbst die Elli, also die Schäferhinde, die eigentlich wirklich hier ein bisschen Dampf hat und auch robust ist, die war auch erst mal sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Und dann haben wir sie hier reingeholt. Janine ist ein bisschen mit ihr gegangen. Ich habe sie nebenher gefilmt. Janine hat gesagt, ich würde sie jetzt noch an der Leine lassen. Und ich habe gesagt, wir können die auch gut abmachen. Beides war in Ordnung. Auch Janine es an der Leine lassen hätte funktioniert. Aber ich wollte ja gucken, wie es läuft und so. Ich bin ja auch nicht den ganzen Tag hier. Ja, und dann haben wir die von der Leine gemacht. Und dann ist halt erst mal, naja, da musste erst mal der Akkuleer gemacht werden. Die ist nur gerannt und zwar im Vollgas. Und jeder Hund, der schnell gerannt ist, hat dazu geführt, dass sie halt diesen Reiz wahrgenommen hat. Und das ist das, was der Tobermann dann macht. Da ist sie dann hinterher. Und dann in dem einen Video sieht man das auch. Ihr werdet es nicht hören, weil ich hatte da noch kein Mikrofund dran. Aber da ist sie dem Pino hinterher gerannt. Und Pino war schneller und dann hat sie richtig Frust gekriegt. Und dann kommen diese Hetzlaute raus, die dann Hunde so machen. Und als sie ihn dann gerichtet hat, hat sie ihn richtig in die Arschwacken gebissen. Gezwickt, also hat sie ihn nicht verletzt. Aber das ist dann dieser Übersprung, der passiert. Und das macht sie auch bei den Besitzern, wenn sie mit Reizen und Energie nicht gut klarkommt. Und nicht damit umgehen kann. Und das ist etwas, das der Tobermann mitbringt. Das habe ich in einem Rassecheck gesagt. So, und dann ist die dem Pino ein paar Mal hinterher gerannt. Wir haben uns das ein bisschen angeguckt. Und dann kam die Szene, die ich leider nicht mehr gefilmt habe, weil da hatte ich die Kamera gerade nicht an. Da ist sie wieder dem Pino hinterher gerannt. Und das ist so typisch Dobermann. Die konnte sich dann nicht bremsen. Der Pino stand dann schon lange und die ist komplett in ihn reingefurzt. Also der Pino hat sich fast überschlagen. Und sie auch. Danach hat sie so ein bisschen gehumpelt. Pino hat so ein bisschen gehumpelt. Aber Pino geht es dir wieder gut. Pino, geht es dir wieder gut? Ja, dann geht es wieder gut. Und der Pino ist eigentlich gut damit klargekommen. Pass auf, ich habe hier ein Kabel. Ist eigentlich gut damit klargekommen. Und er konnte das auch mal brauchen, dass hier mal einer über einen Haufen walzt. Das haben wir nämlich früher auch mit allen gemacht. Das haben wir früher auch mit allen gemacht. Zank ihn nicht, sonst zank ich dich. Aber da hat sie den richtig über den Haufen gekesselt. Aber volle Lotte. Volle Lotte. Mal gucken, ob die jetzt auf ihren Namen hört. Kaya. Da kommt sie. Kaya. Oh, das ist aber schon gut. Das ist aber schon gut. Das ist aber schon gut. Komm hier mal aus. Wir haben so eine lange Nase. Ja, die muss rennen. Aber ich glaube, die wird das hier sehr gut machen. Die kann ruhig wöchentlich kommen. Man muss halt anfangs immer ein bisschen aufpassen. Hi. Kaya und Maya. Das hört sich aber auch sehr ähnlich an. Das hört sich aber auch sehr ähnlich an. Da hast du recht. Maya Maus. Aber die Maya hat ihr eben schon ein paar Mal Bescheid gesagt. Und Kaya Dobermann hat das gut angenommen. Das ist ein klassisches Dobermann-Märchen. Eine klassische Dobermann-Story. Ich kenne total viele solche Storys mit Hunden, die dieses Energielevel haben. Der Dobermann ist nur ein klassisches Beispiel dafür. Das heißt, die ist angeschafft worden. Man kommt nicht damit klar. Vielleicht sind sie auch einfach schwierig. Und die Leute haben viel versucht. Oder wie in dem Fall. Vielleicht war es wirklich was gesundheitliches, dass sie gesagt hat. Hey, ich habe mir die eigentlich angeschafft. Und bin jetzt so erkrankt, dass ich mich nicht kümmern kann. Und rund um Corona nimmt die dann halt auch keiner wieder. Ja, auf jeden Fall ist sie dann halt im Tierabend gelandet. Und dann geht es für solche Hunde echt steil, steil, steil bergab. Aber da geht es richtig steil bergab, weil du kannst diesen Hunden im Tierheim nicht gerecht werden. Utopisch. Selbst wenn du trainierst und machst und die super sozial mit Menschen sind oder so. Selbst wenn die sozial mit Hunden sind, weil du dir Mühe gibst. Du kannst das Energielevel nicht ausgleichen. Das ist ein Hund, der muss Dampf ablassen können. Da ist noch so eine Hunderasse, die das braucht. Nur die, die gehen halt mit dem Dampf anders um. Äh, Kemba? Kemba? Sam? Sam? Kemba? Sam, komm her. Sam bist du. Das ist so schwierig, die auseinanderzahlen. Hast du was in der Nase? Hast du was in der Nase? Nöcht mal reinpusten. Komm her. So, ist weg. Habt ihr in die Nase gepustet? Hat irgendwas in der Nase hängen, glaube ich. Irgendein Haar. Jetzt ist er aber vielleicht weg. Jetzt niest er nicht mehr. Jetzt ist weg. Gut. Also du kannst halt diesen kräftigen Laufhunden, kannst du nicht, ich nenne die Laufhunde, ne? Also, Laufhunde ist eigentlich eine Hunde-Unterrasse, Unter-Art-Spezifizierung. Wie heißt das? Komm gerade nicht drauf. Ist egal. Aber diesen Hunden kannst du nicht gerecht werden. Guck mal, wie die rennt. Und das ist jetzt schon Sparflamme, ne? Und das geht durchgehend so. Aber die hat eben erst mal drei Liter Wasser getrunken. Nach der ersten halben Stunde. Was braucht die auch? Aber ich glaube, ich sehe, dass sie das hinkriegen. Hi Kemba. Hi Kemba. Das ist Kemba. Der grinst immer so, der Kemba. Kemba, Kemba, Kemba. Kemba, Kemba, Kemba. Die zwei sind Halbbrüder. Kemba, Kemba, Kemba. Wenn die nebeneinander stehen, dann erkenne ich das auch. Aber einzeln ist halt echt schwierig. Hi, Carlo. Na, du kriegst diesen Monat noch eine Chance, ne? Wenn du dich nochmal klopst. Du bist schon angezählt. Wenn du dich nochmal klopst, wird es echt schwierig für dich. Also ich glaube, dass die das ganz gut hinkriegen können mit ihr. Die sind motiviert. Die geben sich Mühe. Man muss auch dazu sagen, die haben es halt nicht einfach. Ein Dobermann ist kein Anfängerhund. Ich drücke denen einfach nur die Daumen, dass sie gesund ist. Weil mittlerweile haben über 50 Prozent der Dobermänner diese blöden Herzfehler und fallen die einfach irgendwann tot um. Ich hätte auch sagen können, dass die hier das erste Mal so rennt, die Pumpe nicht mitmacht und die klappt sonst zusammen. Zwei Jahre ist da echt eine Grenze. Teilweise. Das ist traurig, ey. Wirklich traurig. Aber ich glaube, die kriegen das hin. Und ich glaube, die Kaya wird hier eine Menge Spaß haben. Die macht das eigentlich ganz gut. Heute ist ein ruhiger Tag. Den ersten Tag ist das auch wirklich perfekt. Und dann müssen wir jetzt einfach schauen, wo die Reise hingeht. Müssen wir schauen, was wir daraus machen können. Schauen, wie wir ihr helfen können. Aber bei solchen Hunden, und das ist die Moral der Geschichte der heutigen Folge, bei solchen Hunden kannst du noch so viel trainieren, noch so viel geistige Auslastung machen und noch so viel Sitzplatz, Fuß und Schnüffelspiele und so. Du hast nicht das gleiche Ergebnis. Und da schwöre ich einfach auf all meine Erfahrungen, die ich in den letzten etlichen Jahren mit diesen Hunden gesammelt habe. Ohne, dass du den muskulären Akku leer machst, Hi, Lucky. Ohne, dass du den muskulären Akku leer machst, hast du keine Chance, solchen Hunden gerecht zu werden und hast einfach nicht das gleiche Ergebnis. Die müssen mal Dampf ablassen können. Die müssen mal Dampf ablassen können. Das ist ekelhaft. Das ist völlig ekelhaft. Oh, Boris. Oh, Boris. Oh, Boris. Na? Du guckst schon wieder so, als hättest du Ärger von mir gekriegt. Hast du doch gar nicht. Hast du gar keinen Ärger bekommen, dass ihr immer in den Kabeln hängt. Warte mal, dass wir das alles sehen. Hi. Sag mal Hallo. Hallo. Boris. Boris. Oh, was brummelst du denn? Was brummelst du denn? So. Geh es mal runter? Komm runter. Jetzt dreht er durch. Das ist auch ein Spakul. So ein Spezi. Ich glaube, das darf für heute reichen. Ich denke, das hat als Story zum Dobermann gereicht und war mal wieder eine Folge aus der Huta. Jetzt genießen wir mal die Mittagspause. Ich bin raus für heute. Ich hoffe, das war so ein schönes Update oder ein kleines Update aus der Huta und hilft euch ein bisschen dran zu bleiben, wie es hier gerade läuft. Jetzt ist der Rasen gemäht. Jetzt sieht das hier auch richtig gut aus. Ich bin raus. Tschüss. 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 Tschüss.